Kulturelle Aneignung, das sagt Ihnen was, ja? Kulturelle Aneignung, ja. Das ist doch nicht schlecht. Spinner! Seit der Corona-Impfung stimmt was nicht mit dir? Alleine sind wir stärker. Wähle 0800 123 chipfrei. Deswegen habe ich mir so einen Hunger. Es ist Zeit, dass sie aufwacht. Ich will Tränen, ich will die großen Emotionen. Mein Name ist Ines Wächterler. Ich leite diese Praxis. Das sind alles Unterhosen. Ja, aber nicht irgendwelche. Das sind alles meine Unterhosen. Du, das ist leider so gar nichts für mich. Nein, natürlich nicht. Der weiße Mann hat uns schon oft genug betrogen. Jetzt hören Sie mir mal zu. Nö. Ja? Nö. Wie meinst du das denn jetzt? Wenn dein Nummer und mein Nummer... Das wird nie funktionieren. ...sich die Hände reichen... Hier ist nichts mehr selbstverständlich. Haben Sie mich verstanden? Nein. É. Wir sehen uns schon wieder. Von U. Yongle. Die Hände reichen. Das war einzykhod dispositiv. Man!